An die Prime Tower haben die Zürcher Freude, sind stolz auf ihre Planung. Doch wegen dem Hochhaus das Wichtigste, ja die haben doch keine Ahnung. Ein Fussballplatz gehört oben drauf, als Anspruch für die Geflute. So können auch die Zürcher mal auf hohem Niveau shooten. So können auch die Zürcher sein.